Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es ein weiteres Video, wir sehen hier am Loading Screen schon mal die Winter Wild Cards, am Freitag gehen die los, wir wollen uns aber heute an diesem Mittwoch natürlich um die Icon Swaps kümmern, die sind jetzt draußen bis zum 10. Januar gibt es die ersten 9 Token zum Freispielen und zwischen dem 10. Januar und dem 7. Februar gibt es schon mal die nächsten 9 Token zum Freispielen. Also 18 Token insgesamt, wir gucken uns heute die Rewards an, wie sehen die Aufgaben eigentlich aus und außerdem schauen wir uns natürlich das Team of the Week Nummer 13 einmal im Detail an. Silberstars dürfte auch wieder draußen sein, alles heute was noch rausgekommen ist hier in diesem Video für euch. Bevor wir reinstellen ins Video könnt ihr gerne einmal Liebe dalassen, ich gebe wieder 500 Likes als Ziel raus, zerstört also ordentlich den Like Button, wenn ihr auch keinen Daumen nach oben dagelassen habt, holt das sehr sehr gerne nach, geht ganz ganz schnell 2 Sekunden und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch die Glocke einmal kostenlos abonnieren. Und ihr fragt euch jetzt so, heute 15.12. es sind ja die Next Generation Spieler einmal rausgekommen, jeder bekommt ja ein Free Pack. Dafür kann ich euch noch eins sagen, ich habe heute Mittag extra ein Video dazu gemacht, checkt das gerne oben rechts auf dem i einmal ab. Da zeige ich euch, wie man das Ganze bekommt. Aktuell sind aber die Packs deaktiviert. Checkt das Video sehr sehr gerne ab und ich muss euch eines einfach nur sagen, fettes Dankeschön, dass ihr auf diesem Video so eskaliert seid. 700 Likes aktuell auf dem Video und schon 170 Kommentare. Also ihr seht, die Interaktion mit den Videos ist immer extrem wichtig, das liebt YouTube, interagiert gerne auch mit diesem Video und ich würde einfach mal sagen, Jungs, wenn ihr noch nichts in die Kommentare geschrieben habt, holt das sehr sehr gerne nach, egal was ihr reinschreibt. Für den Algorithmus wäre es auf jeden Fall Ehre und damit gucken wir uns heute mal die Iconswaps an. Da haben wir direkt die Erklärung. Rooney, Sambrotta und Del Piero sehen wir und da reicht es für alle die, die jetzt auch das erste Mal bei den Iconswaps dabei sind. Ich erkläre das jetzt heute wirklich im Detail, auch für alle Neulinge hier in FIFA 22. Also, Iconswaps, Iconswaps. Es geht darum, Token einzusammeln und diese Token, ja, die benutzen wir dann in den Squad Building Challenges, um uns Rewards freizuschalten. Heißt zum einen vielleicht Packs, zum zweiten heißt es aber auch zum Beispiel ein Rooney, Sambrotta oder Del Piero. Heißt also Iconspieler, ja. Und hier heißt es dann erstmal, Icontausch 1 ist jetzt live. Hol dir Spielertoken in Spielertokenaufgaben und tausche sie in Squad Building Challenges gegen Boni ein. Es wird mehrere Iconswaps geben im Verlauf dieser Zeit. Aktuell, ich habe es ja eben im Startskin gezeigt, geht es also jetzt bis zum 10. Januar. Bis in diesem Zeitraum, bis zum 10. Januar könnt ihr die ersten neuen Token freischalten und dann geht es bis in den Februar rein, war ja im Loading Screen zu sehen, bis die, ja, wo die nächsten, also am 10. Januar kommen die nächsten neuen Token quasi raus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Aufgaben. Ich zeige es ja euch, ich bin sehr, sehr gespannt. Hier dürften sie auf jeden Fall nicht zu finden sein. Meilenstein, die müssen in den Meilenstein, jawohl, sie sind Meilenstein, weil die Season läuft nur noch eine Woche, deshalb sind sie nicht in den Zielen einmal am Start, sondern in den Meilenstein. So, und da haben wir einmal Icontausch. Okay, also als Gruppenreward bekommen wir 75 Plus Pack. So, und da haben wir, wie gesagt, unter anderem Silber. Gewinne 6 Squad Battles, ähm, Spiele mindestens auf Weltklasse mit 11 Silberspielern in deiner Startelf für den ersten Token. Der zweite Token, gewinne 6 Squad Battles Partien mit 11 Eredivisospielern in deiner Startelf, also keine Erstbesitzer in diesem Fall. Dann haben wir 11 Argentinier, ähm, ebenfalls 6 Spiele einmal gewinnen. Das Ganze dann mit, äh, 11 Brasilianern noch einmal. 11 Erstbesitzerspieler in deiner Startelf haben wir dann hier einmal am Start, also da könnt ihr quasi die ein oder andere natürlich dann wieder connecten. Heißt also zum Beispiel, ihr nehmt, äh, 11 Brasilianer und alle davon sind Erstbesitzer und ihr habt direkt 3 Token, die ihr dann auf einmal holt. Gewinne 13 Weekend League Partien ist dann hier der jeweils andere und, äh, weiter geht es dann mit Eigentausch Premier League. Für Cantor als Gruppenreward, dafür müssen wir gewinne 6 Partien in eine Liga und stellen dabei mindestens 8 Erstbesitzer Premier League Spieler in deine Startelf. Dann haben wir das Ganze wieder unter Premier League, angeschnittener Schuss diesmal, äh, Treffen in 6 Separaten und dann 10 separate Partien. Da müssen wir dann zum Vorbereiter werden. Ja, ich denke, es geht hier einfach um eine Liga, äh, ist jetzt so meine Vermutung bei der ganzen Geschichte, ja. Genau eine Liga, Erstbesitzer Spieler mindestens 8 und Leihspieler maximal einen. Also, da wüsst ihr auf jeden Fall Bescheid, äh, was hier, äh, die Geschichte bereithält. Eine Liga und dann haben wir das Ganze mit der La Liga nochmal. Da müssen wir dann gewinne 6 Partien mit mindestens 8 Erstbesitzer La Liga Spielern. Dann treffend 10 Separaten, äh, allgemein und dann 5 separate Stallpass zum Vorbereiter werden für einen Lin-Liang-Ming. Ja, alles klar. Und das haben wir jetzt nochmal wieder in der Serie A. Da geht es auch wieder um, gewinne 6 Partien mit 8 Erstbesitzer Spieler mindestens in deiner Startelf für Harper. Ähm, genauso wie auch 10 Tore und 5 Steilpässe zum Vorbereiter werden. Also das die Aufgabe. Und ihr seht es oben, läuft die Zeit ab. 26 Tage haben wir für die Kollegen jetzt Zeit, also 3 hier. Und dann haben wir hier insgesamt 6. Macht also die ersten 9 Token von den 18 Token, ja. So, das Punkt Nummer 1. Wir gehen gleich zu den Rewards und dann haben wir, wie gesagt, auch Mittwoch. Heißt für uns Silverstars. Oh mein Gott. 7 Tage verbleibend und wir haben ihn mit dem wahrscheinlich beliebtesten, äh, Bild in FIFA. Ich glaube, er hat bis jetzt immer das gleiche Bild, das gleiche Face gemacht. Ähm, er hat jetzt hier tatsächlich, ach du Alarm, Freunde. Er hat tatsächlich hier die Premium Squad Building Challenge Karte bekommen, obwohl es da keine SPC ist. Gewinne 3 Partien in der Silver Lounge. 8 Tore und 6 Torvorlagen in ZM, Freunde. Norweger, sehr, 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 sehr ausgeglichen für eine Silberkarte. Und das ist einfach schon ein Joke-Ding. Ist ja einfach so ein Joke-Ding. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn wir tatsächlich so eine Player-Pick, äh, SPC gehabt hätten bei der Silverstars. Ähm, mit Fire- oder Ice-Karten. Das wäre richtig geil gewesen, meiner Meinung nach. Vielleicht ist ja, äh, nächstes Mal, ähm, eine Wildcard-Geschichte am Start. Also, äh, eine Wildcard dann am Freitag, beziehungsweise nächste Woche Mittwoch. Warten wir das Ganze ab. Bevor wir zu den Wards gehen, gehen wir kurz zum Team of the Week Nummer 13. Gucken wir uns das einmal grob an. Ähm, in meinem Team of the Week-Pack war jetzt leider nichts Großartiges drin. Und, äh, hier aber im Team of the Week haben wir diesmal einige, äh, Karten, die sehr nice sind. Courtois, wir haben Atal mit 4-Stern, 5-Stern auch brauchbar. Gabriel haben wir dann. Wir haben Saleta K., 84er. Blass, Thielmann, 86er. Delaney haben wir. Dann außerdem Mbarela, 87er. Wir haben Sterling auf der Rechtsseite. Position-Change, Vlarovic, der nächste. Puado ist dann, oh, das ist die nice mit 4-Stern, 4-Stern. Dann der Feature-Team of the Week. Pull Crab, da geht's schon auf die Bank. Johnson, Endicca haben wir. Dorsch mit seinem, ja, richtig guten Tor gegen die FC. Gallagher haben wir dann. Batschua, Nunes. Ja, hier außerdem Raum am Start. Aus der Bundesliga, Adeyemi auf jeden Fall. Sehr, sehr geiles Team of the Week. Beziehungsweise auf jeden Fall besser als das, was letzte Woche unterwegs war. Das können wir auf jeden Fall mal kurz eben so festhalten. So, das auf jeden Fall dazu. Heißt, jetzt springen wir rein zu den Squad-Building-Challenges. Und wie ich schon gehört habe, haben wir auch eine kleine Puzzle-SPC heute wieder am Start. Aber da kümmern wir uns gleich drüben. Jetzt erstmal natürlich Iconswaps. Oh, hier, Tausch. Freunde, wir haben das 25er-Pack, 81+. Die Wappen laden zwar noch nicht, für insgesamt zwei Token. Okay, zwei Token haben wir für ein 25er-Pack. Ich denke, da können wir alle sagen, definitiv ein Win. Dann haben wir für drei Token ein 82 plus mal 25er-Pack. Also für alle, die das jetzt komplett neu am Start sind. Also ihr, wenn ihr euch beispielsweise dann drei Token freigespielt habt, dann könnt ihr die einsetzen. Wenn ihr aber natürlich sagt, hey, ich will jetzt einen machen, der mehr Token kostet, dann erstmal aufsparen die Token und dann quasi auch erst dafür nutzen. Falls ihr aber, jetzt ist ja die große Frage, was lohnt sich am meisten, schon hier auf Packs gehen wollt, dann könnt ihr natürlich hier für zwei einsetzen, hier für drei. Und das sind fünf. Also sind wir hier insgesamt bei den beiden. Die könnte man sich direkt jetzt holen mit acht insgesamt. Und dann habt ihr einen quasi auf Reserve. Das ist sozusagen die ganze Geschichte. 83er mal 25er-Pack-5-Token. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Win. Und dann geht es weiter mit Ika Garcias. Ika Garcias ist draußen. Warum ist der für fünf? Warte, Freunde. Warum ist das für 25 Tage draußen? Okay, Freunde. Also 25 Tage verbleiben, das ist ein bisschen, weil wieder so wie heute Mittag ein Fail, würde ich mal behaupten. Denn wir haben hier in den Zielen, in den Meilensteinen für 26 Tage die ersten neun Token verfügbar. Wenn das abläuft, ja, dann können wir die anderen neun Token nicht holen. Deshalb haben wir hier tatsächlich, und wer hätte das gedacht, den nächsten Fail innerhalb von einigen Stunden bei EA. Also der Tauschtab wird definitiv nochmal resettet, beziehungsweise die Zeit, die darunter läuft. 25 Tage verbleibend, das ist ein Fehler. Es kommen ja noch im Februar oder bis zum Februar dann weitere Token raus, neun Stück. Insofern hier auf die Zeit jetzt erstmal keine Rücksicht nehmen. 25 Tage verbleibend, definitiv ein Fehler. Für sechs Token können wir aber jetzt, wie gesagt, Ika Garcias holen. Die mittlere Icon, also falls ihr die noch nicht haben solltet, ein Torhüter braucht, ja gut, das sind halt nur sechs Token. Kann man machen, muss man nicht. Dann Rio Ferdinand, da über den können wir als erstes reden. Da habe ich aber mir schon gedacht, Freunde, Rio Ferdinand, Innenverteidiger. Und ich habe es, glaube ich, in den letzten Videos auch gesagt, Innenverteidiger. Da gibt es so viele Alternativen in Bezug auf Innenverteidiger und bei FIFA. Da gibt es so viele mit ordentlich Pace. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass ihr auf der Position irgendwie gerade noch einen Rio Ferdinand braucht. Nichtsdestotrotz, er kostet ja auch nur sieben Token. Basis- oder mittleres Eigenpack haben wir dann hier am Start für acht Token. Könnt ihr theoretisch einmal machen. Übrigens, die ganzen sind natürlich nicht wiederholbar. Also ihr könnt nicht jetzt mehrfach beispielsweise das maß- oder mittlere Eigenpack holen, sondern das kann man jeweils nur einmal holen. Für alle die, die noch nie mit dabei waren. Für neun haben wir den nächsten Spieler, das ist Mark Overmars. Also jetzt was Offensives. Gut, der hat natürlich drei Sterne Spezialbewegungen nur, aber fünf Sterne schwacher Fuß. Ja, und falls ihr also da auf der LM-Position noch etwas braucht, geht gerne auf Mark Overmars. Falls ihr das Ganze aber ein bisschen versuchen wollt, was Gutes zu ziehen, mittleres Eigenpack ist für euch da für zehn Token. Mittleres Eigenpack geht man drauf. Ja, nein, lasst mich ja mal eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt. Marcel Desai, der nächste, ja, theoretisch auch Innenverteidiger. In diesem Fall jetzt hier die ZMW und so. Die mittlere Icon für ihn am Start für insgesamt elf Token. Dann haben wir Alessandro Del Piero. Del Piero immer nice. Zwölf Token. Und vier Sterne, fünf Sterne. Das gefällt mir schon sehr gut. Für zwölf Token nur ihn zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ein fettes GG. Und dann haben wir ein 89 plus mittleres Eigenpack. Da fallen natürlich dann schon einige raus für 13 Token. Eine mittlere Icon 89 plus geratet. Sehr, sehr geil. Weiter geht es dann mit 14 Token. Basis oder mittlere Icon Spielerwahl. Also wir können von zwei, eins von zwei auswählen. Zwei Playerpicks sind da am Start. Und wir können eine von zwei Basis oder mittlerer Icon Packs, die dann da auftauchen. Hoffentlich nicht zwei Basis-Icons auswählen. Playerpick immer nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. 14 Token dafür. Oh, dann haben wir einen Rechtsverteidiger. Samrota. Für 14 Token direkt. Okay. 90 Tempo, 88 Dev. Sehr, sehr geiler Rechtsverteidiger auf jeden Fall. Der kann da auf jeden Fall länger für euch drinbleiben auf der Rechtsverteidiger-Position. Bis zum Team of the Year. Auch mit den Tots-Karten kann er auf jeden Fall mithalten. Prime Icon Samrota. Sehr, sehr geil. Dann haben wir ein mittlerer Prime Icon Pack. Für 16 Token direkt. Boah. Weiß ich jetzt nicht, Freunde. 16 Token. 16 Token dafür ist vielleicht so ein 50-50-Ding, ne? Aber 16 Token für ein mittleres oder Prime Icon Pack. Und dann bezieht der mittleren Icon. Könnte, je nachdem, könnte böse werden. Könnte böse werden. 17 ist dann das Basis-Mittlere oder Prime Icon. Also ich weiß nicht. 17 dafür und dann vielleicht am Ende ein Basis-Icon. Ich meine, wir haben hier nur zwei Player Picks, ne, Freunde? Wir haben hier nur zwei Player Picks. Also das ist schon ein richtiges Try-Hard-Ding dann. Und dann haben wir, last but not least. Okay, hier sind die anderen Tauschdinger. Wayne Rooney. 17. Für ihn ein Wayne Rooney-Mittlere Icon. Da frage ich mich, warum Mittelreiken, ne? Da frage ich mich echt wirklich, warum Mittelreiken? Drei Sterne, vier Sterne hoch, hoch. Gibt man dafür effektiv 17, 17. 17 Token für ab. Ich weiß ja nicht so wirklich, Freunde. Ich weiß ja nicht so wirklich. Und dann haben wir die anderen FGS-Swap-Dinger. Alles klar. Alles gut dazu. So, dann haben wir noch eine kleine Puzzle-SBC an dem heutigen Tag. Gucken wir da kurz rein. Derby della Madonnina. Okay. Feierrelease und Bonus erhalten. Zwei Tage Golfspieler-Pack nur. Gucken wir da mal rein. Das müssen wir abgeben. Wieder 80er Grader Squad. 80 Teams spielen nur. Ein seltener Spieler aus einem Verein. Mindestens drei Länder. Maximal fünf. AC Mailand. Oder Inter Mailand. Also, das ist die Puzzle-SBC. Und das ist meine erste Meinung zu den Iconswaps. Ich weiß, wie ihr es seht. Aber für mich ist das Fail, Freunde. Wieder 25 Tage. Das ist ein bisschen wenig. Denn dann können wir theoretisch ja gar nicht die anderen Token einmal einsammeln. Aber ich habe es heute Morgen oder auch heute Mittag schon in der Instagram-Story gesagt. EA und Fails, die lieben sich auf jeden Fall. Die nehmen sich gar nichts. Die nehmen sich wirklich gar nichts. Also, das sind die ersten neuen Token zu Iconswaps Nummer 1. Falls noch Fragen sind, könnt ihr natürlich gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich oder auch die Community werden auf jeden Fall darauf antworten. Und damit soll es das gewesen sein mit dem heutigen Abend-Upload. Lasst auf jeden Fall, liebe da, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Haut rein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.